Ja, hi Leute, das ist jetzt neuer Scheißtalk halt, ich bin halt jetzt bei jemand anders und mach halt auf jeden Fall einen Scheißtalk, ich sitz hier halt auf dem Pond, ne? Ich lege mich gerne in fremde Handen und ich kann auch bei euch mal das Badezimmer sein, ein bisschen ist auf jeden Fall einiges groß, würde ich sagen, und hier muss auf jeden Fall noch einiges passieren auf die Toilette, es riecht halt auch echt mies, es riecht halt auch wirklich, ich mach glaube ich mal ein Fenster auf, ich mach jetzt, ich muss einen Toiletten-Talk machen, da musst jetzt die Toilette einfach mal reinmachen, also Besucher muss ich euch sagen, Moment, Leute, 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 Moment, kann ich mir ganz kurz meine Hose wieder anziehen, ja Moment, aber können wir das Fenster kurz vielleicht einfach, können wir das Fenster kurz einen Spalt aufmachen und dann geht doch nicht, kann man einfach nicht mal ein Video aufnehmen, das einfach mal eine Minute zu dauern wollen, also, das ist doch nicht noch, Moment, ich will doch nur ein Wandelformen machen, ey, das, jetzt legt er sich wieder fremde Wandeln, wie ich mich dagegen wollte... So, wie ziehe ich denn jetzt am besten meine Hose hoch mit, also, muss ich mal ganz kurz so einen Seite... Der hat ja...